10 nach 12, willkommen zu einer neuen Woche mit der Drehscheibe, liebe Zuschauer. Unser Thema heute, Albtraum verlorene Ladung. Wie reagiert man richtig, wenn einem etwas vom Auto fällt oder was auf der Autobahn liegt? Wie versuchen Sie zu verhindern, dass überhaupt so etwas passiert? Stimmen aus Dresden. Ja, da kann man wirklich von Glück reden. Eine Schubkarre hat nämlich jetzt einem Mann in Rheinland-Pfalz das Leben gekostet. Der 65-Jährige verliert nämlich auf der Autobahn bei Ingelheim die Karre und will sie dann selbst von der Fahrbahn räumen. Doch was dann passiert, ist selbst für die Rettungskräfte ein Schock. Ja, und nicht nur ungesicherte Ladung kann lebensgefährlich sein, auch Alkohol am Steuer. Als ein 24-jähriger Hamburger laut Zeugenaussagen auf der Bundesautobahn 1 Schlangenlinien fährt, müssen Autofahrer notgedrungen ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Doch dann passiert's. Sind Sie schon mal am Telefon reingelegt worden? Telefonbetrüger, die haben ja so ein besonderes Geschick, ihren Opfern Passwörter und auch Zugangscodes zu entlocken. Deshalb sind sie so gefährlich. Als bei Jasmin an einem Samstagmorgen das Telefon klingelt, da ahnt die Kauffrau nicht, dass sie dieser Anruf nicht nur viele Nerven, sondern auch viel Geld kosten wird. Und wo wir gerade bei teuer sind. Eigentlich kann man sich doch freuen, wenn die Straße vor der Haustür saniert wird, oder? Sieht doch schön aus. Und die Kosten trägt ja normalerweise auch die Kommune. Aber wenn die Kommune kein Geld hat, werden auch schon mal die Bürger zur Kasse gebeten. So wie jetzt in Bayern und Hessen. Dort sind die Anwohner regelrecht aus dem Häuschen. Denn wer hat schon mehrere 10.000 Euro für neuen Asphalt locker? Straße saniert, Anwohner roniert. Vor ein paar Jahren war es ja für viele Briten noch undenkbar. Doch inzwischen wünschen sich viele Bewohner des Vereinigten Königreiches nichts sehnlicher als einen deutschen Pass. Seitdem die Briten mit knapper Mehrheit für den Brexit stimmten, häufen sich hierzulande die Einbürgerungsanträge. Und während EU und Großbritannien weiter um das Ausstiegsverfahren ringen, machen viele Briten in Deutschland jetzt Nägel mit Köpfen. Es gab mal eine Zeit, da ging in unseren Wäldern nichts ohne sie. Die sogenannten Rücke-Pferde, also die Forsthelfer auf vier Hufen. Inzwischen haben moderne Pferdestärken ihre Dienste ja fast überflüssig gemacht. Aber nur fast, denn eine Sache gibt es, die können sie nach wie vor am besten. Und zwar umweltschonend arbeiten. Ach, wie nett. Vor Jahren galt der Einzug der NPD in die Landesparlamente noch als echte Bedrohung. Als Anwalt des kleinen Mannes versuchen sie sich zu etablieren. Inzwischen bekommt aber die Partei immer weniger Zulauf. Denn statt tatendos zuzuschauen, engagieren sich Bürger jetzt auf ganz unterschiedliche Weise dagegen. Wenn erwachsene Männer sich stundenlang im Keller oder auch auf dem Dachboden verkriechen, dann lässt das ja allerlei vermuten. Meist gibt es aber dafür einen einfachen Grund. Dort steht dann wahrscheinlich eine Modelleisenbahn. Es gibt ja Millionen Hobbybassler in Deutschland, die darauf abfahren. Für die ist das Hamburger Miniaturwunderland wahrscheinlich geradezu paradiesisch. Demnächst lockt dort eine neue Attraktion, und zwar Venedig la Serenissima. Wenn Sie unsere Reporter jeden Tag quer durch die Republik auf Expedition Deutschland schicken, liebe Zuschauer, dann ist das ja eigentlich wie ein Überraschungsei, denn Sie wissen ja nie, wen Sie auf Ihrer Expedition Deutschland treffen. Unser Reporter Simon Fanzl, der trifft heute ein Künstlerpaar, das tatsächlich was mit einem Überraschungsei zu tun hat. Diese Zuschauerin hier, Manuela Dinter, hat ihn nämlich nach Baden-Württemberg geschickt, und zwar nach Reichenbach. Ganz herzlichen Dank, Simon Fanzl. In zwei Wochen ist ja Rosenmontag, liebe Zuschauer. Und die Funkenmariechen, Büttenredner und Prinzengardissen sind natürlich schon voll im Karnevals- und Fastnachtsfieber. Doch viele, die dem Tusch und Tetereté bisher nichts abgewinnen konnten, sind spätestens nach dem Internet-Hit der Mainzer Prinzengarde zum Fernlager gewechselt. Mit verspiegelten Sonnenbrillen, Ghetto-Flair und rotzfrechen Rap haben es die Gardisten zur neuer Popularität gebracht. Und das auch dank Jan Böhmermann, denn nach Ich hab Polizei heißt es jetzt, ich hab Uniform. Ich hab jetzt leider Ende. Mit einem Klick unter heute.de sind Sie jederzeit auf dem neuesten Stand oder wenn Sie morgen wieder einschalten. Ich freu mich jedenfalls und zähl auf Sie.